Na wo sind wir denn? Ach, da sind wir ja. Schönen guten Morgen zu Merkda-Morgen. Gerade sind die Verbraucherpreise für Deutschland reingekommen. Sie sind wie erwartet ausgefallen. Das heißt, wir haben zumindest mal eine gewisse Stabilität für den DAX zu erwarten. Und was wir sonst noch zu erwarten haben, darüber spreche ich mit Kübra Anach in Frankfurt. Dir einen schönen guten Morgen. Also, die Verbraucherpreise. Der Anschlieg lag mit 8,6 Prozent im Rahmen der Erwartungen. Das heißt, wir haben weiterhin eine hohe Inflation, aber mit rückläufiger Tendenz. Wie wird sich denn heute Morgen der DAX so entwickeln? Guten Morgen, Martin. Der DAX wird heute wohl etwas schwächer in den Handelsstaaten. Wir sehen rote Vorzeichen, nachdem wir gestern wieder Gewinne hier an der Frankfurter Börse gesehen haben. Es ist insgesamt der erfolgreichste Jahresauftakt beim DAX überhaupt seit der Erfassung 1988. Und der DAX ist gestern auch über der 15.100-Punkte-Marke aus dem Handel gegangen. Wie gesagt, heute rechnen wir mit einem etwas schwächeren Handelsstaat. Wir hatten gemischte Vorgaben aus Asien. Der Nikkei hat die Vortragsverluste aufgeholt. Der Hang Seng und der Shanghai Composite derzeit im roten Bereich. Da erwarten uns aber auch noch die Entscheidungen der Zentralbanken, der chinesischen und der Bank of Japan. Die Impulse der Wall Street haben gestern gefehlt. Die Wall Street war aufgrund eines Feiertags geschlossen. Heute beginnt der Handel dann wieder. Und uns erwarten auch einige Bilanzen aus den USA, auf die wir schauen werden. So von Morgan Stanley und Goldman Sachs. Und die Konjunkturdaten hast du schon angesprochen. Wir wollten heute auf die Verbraucherpreise gucken. Die kamen pünktlich um 8 Uhr und sind ausgefallen, wie erwartet. Jetzt warten wir noch ab, was der ZEW-Konjunkturindex so sagt. Naja, da haben wir ein bisschen was, wo wir uns durchwühlen können. Sag mal, magst du eigentlich Eier? Bist du so ein Typ, der Eier zum Frühstück isst? Nee, ich bin Veganerin. Oh, du bist Veganerin, das hatte ich ganz vergessen, um Gottes Willen. Also, damit trifft dich das gar nicht. Aber ich habe eine ziemlich interessante Nachricht aus den USA. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag erstmal in Frankfurt. Wir sehen uns morgen wieder. Und wir schauen uns jetzt mal an, was ich Ihnen da mitgebracht habe. Also, das ist auf der einen Seite, ja, können wir eigentlich drüber hoppeln. Wir haben keine Vorgaben von den US-Börsen gehabt. Da war gestern ein Feiertag. Aber, genau, ich hatte ja gerade Kübra gefragt. Ich glaube, sie hat es mir sogar mal gesagt gehabt, dass sie Veganerin ist. Und da fehlt mir dann diese logische Verbindung zwischen, ja, Henne, Ei und Veganern. Also, die Eipreise. Ich meine, das ist jetzt nur das, was wir da mal gesehen haben als lustiges Meme. Ein Eierkarton mit einer Sicherung. Ob das jetzt echt ist oder nicht, weiß man gar nicht so richtig. Aber es könnte tatsächlich sein, dass es echt ist, weil die Preise für Eier extrem angestiegen sind in den vergangenen Monaten. Nämlich um den dreifachen Preis. Und daran kann man durchaus sehen, die Preise in den USA, sie laufen weiter nach oben. Auch hier mit einer rückläufigen Tendenz. Auch hier hat sich die Inflation abgeschwächt. Aber prinzipiell leiden die Anleger oder leiden die Privathaushalte weiterhin unter steigenden Preisen. Und es gibt sehr interessante Grafiken, die mittlerweile zeigen, die Realeinkommen in den USA sind 21 Monate in Folge gesunken. Und das wird natürlich Spuren hinterlassen. Soll uns momentan jetzt nicht erstmal großartig besorgen. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Und ich fand es eigentlich auch so ganz witzig. Der Bitcoin, auch das ist ganz witzig. Zuletzt ging es ja kräftig nach oben. Jetzt hat sich das Ganze ein bisschen abgeschwächt. Sehr interessante Nachricht gibt es momentan aus Iran und Russland. Denn da gibt es Bestrebungen, einen Stablecoin einzuführen. Also eine Kryptowährung, die letztendlich mit Gold hinterlegt ist. Da sollen die Planungen mehr oder weniger in der finalen Phase sein. Man hatte sich jetzt gegenseitig zugesichert, das Projekt dann ab Anfang 2023 vorantreiben zu wollen. Und auch wenn uns das jetzt nicht direkt betreffen wird, Iran und Russland. Aber es ist natürlich insgesamt für den Markt gut und es könnte frische Impulse für den Kryptomarkt letztendlich dann liefern. Und wir sehen zunächst hier diese ganz normale Aufwärtsbewegung. Wir sind in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck geraten. Die Pleite bei FTX, der Vertrauensverlust, der damit einherging, keine Frage. Aber jetzt die Spekulationsneigung, sie nimmt wieder zu. Und der Bitcoin zuletzt stark gestiegen. Ich habe Ihnen mal so ein paar Haltemarken eingezeichnet. Das ist jetzt von der Charttechnik vielleicht nicht ganz sauber, aber Sie sehen es bei knapp unter 23.000 wäre ein Punkt, auf den man achten könnte. Weil das war mal so ein Hochpunkt, den wir im September gesehen hatten. Und wir hatten im August dann die Marke von knapp über 25.000 Dollar. Also sollte sich diese Aufwärtsbewegung eben als eine solche tatsächlich herauskristallisieren und nicht direkt wieder in sich zusammenfallen, dann sind das so die Punkte, auf die man schauen kann und bei denen man vielleicht dann aktiv werden kann. Natürlich auch entsprechend mit den Aktien, die dazugehören. Eine Coinbase, eine MicroStrategy und die ganzen Minenaktien. Silber bleibt natürlich weiterhin ebenfalls interessant. Die Rohstoffmärkte momentan, sie laufen nach oben. Die Edelmetallmärkte, sie laufen ebenfalls nach oben. Gold ist ordentlich gestiegen. Und Sie sehen es hier, Silber kämpft momentan ein bisschen mit der Marke von etwa 24 Dollar. Könnte natürlich drüber gehen. Es gibt durchaus Experten, die sagen, 26 werden wir noch im Januar sehen. Das wäre also nochmal ein Anstieg von etwa 7 bis 8 Prozent in diesem Bereich. Und auch hier wie immer bei Metallen, da sollten Sie sich dann anschauen, Mensch, wo sind denn die Produzenten? Weil die haben einen höheren Hebel auf den Preis. Und wenn der Preis um 5 Prozent steigt, dann steigen die Aktien der entsprechenden Minengesellschaften eben um 20 Prozent oder 30 Prozent. Der Zusammenhang ist sicherlich mit dabei. Klar, das gilt natürlich dasselbe für Gold, hatte ich ja in den vergangenen Tagen häufiger mal mit dabei. Hugo Boss, heute Morgen mit sehr, 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 sehr guten Zahlen. Wie ich finde, die sind ganz hervorragend durch die Krise gekommen. Durch die ganzen Lieferkettenprobleme sind sie gut durchgekommen. Den Lockdown in China, all das haben sie relativ gut weggesteckt. Und haben heute Morgen für das vierte Quartal ein EBIT von 104 Millionen Euro gemeldet. Und der Wert lag etwa 6 Millionen Euro über den Erwartungen. Insgesamt das vergangene Jahr gut ausgefallen. 335 Millionen wurden hier vor Steuern verdient. Und der Umsatz bei 3,65 Milliarden Euro. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass 3,59 erwartet worden waren. Also, es läuft sehr gut. Man darf allerdings auch nicht vergessen, die Aktie zuletzt sehr, sehr stark gestiegen. Knapp über 10 Prozent ging es dann nach oben. Also durchaus die Möglichkeit auch, dass hier die Anleger dann am Ende sagen, okay, wir nehmen jetzt mal die guten Nachrichten, die wir von Boss gesehen haben und nehmen vor dem Hintergrund Gewinne mit. Das würde auf jeden Fall der Anstieg auf jeden Fall hergeben. Wo muss man noch drauf schauen? In Finnien. Heute Morgen positive Einschätzungen von Analysten. Das Kursziel, das sie errechnet haben, die Herren, das liegt etwa 50 Prozent über dem aktuellen Niveau. Also es könnte der Aktie so ein bisschen einen Schub geben, sofern der Markt dann ja doch noch den Vorwärtsgang findet. Momentan sieht es ja eher danach aus, dass wir einen schwächeren Handelsauftakt sehen. Aber da darf man sich dann auch nicht großartig beeindrucken lassen. Der DAX ist in den vergangenen Wochen, also seit Jahresbeginn, um knapp 8 Prozent gestiegen. Analysten notiert in Sichtweite zumindest mal zum Rekordhoch, dass es da irgendwann dann auch mal eine Verschnaufpause gibt. Das ist nicht nur erforderlich oder erwartbar, das ist sogar wünschenswert, damit die Sache nicht zu sehr ausufert. Und in Finnien, wie gesagt, die könnten heute in den Blickpunkt geraten. Genauso wie Nordex, die haben ebenfalls ihre Zahlen gemeldet für das vierte Quartal und für das Gesamtjahr. Und das ist sehr erfreulich gewesen. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt Auftragseingänge von 1.235 Windenergieanlagen verzeichnet. Im vierten Quartal hat sich das Ganze nochmal ordentlich entwickelt. 386 Anlagen. Das Unternehmen hat selber gesagt, dass das Momentum hoch ist und nochmal zugenommen hat. Wir haben in den vergangenen Wochen häufiger über Nordex berichtet, wenn neue Aufträge reingekommen sind. Und die Aktie, Sie sehen es, wie stark die gestiegen ist. Auch hier durchaus die Möglichkeit, dass es mal zu Gewinn mitnahmen vor dem Hintergrund der positiven operativen Entwicklung dann kommt. Dann sagen einfach viele Anleger, okay, wir haben jetzt die ganze Zeit die Gerüchte gekauft und jetzt werden die Fakten eben mal verkauft. Das wäre an der Börse durchaus nachvollziehbar. Nee, läuft weiter im Aufwärtstrend. Ja, die Aktie hat in den vergangenen beiden Tagen etwas schwächer tendiert. Aber Sie sehen es, der Aufwärtstrend, den ich Ihnen eingezeichnet habe, die weiße Linie, sie ist weiterhin intakt. Das könnte sich durchaus noch ein bisschen fortsetzen, bevor wir wieder an die weiße Linie anlaufen. Und auch hier habe ich Ihnen so zwei Marken reingenommen, was erstmal geknackt werden müsste, damit wir dann neue frische Impulse für oben, also auf die Oberseite erhalten würden. Prinzipiell sieht das aber ganz gut aus. Der Besuch des Wirtschaftsministers in Norwegen, das hat ja ebenfalls nochmal so für Gesprächsstoff gesorgt. Und ich glaube, wir sind uns alle darüber im Klaren, dass Norwegen in der Energieversorgung unseres Landes in den kommenden Jahren eine doch deutlich größere Rolle einnehmen wird. Die Deutsche Pfandbriefbank habe ich vor allen Dingen deshalb mit dabei, sieht zwar technisch jetzt nicht ganz so optimal aus, aber die habe ich vor allen Dingen deshalb mit dabei, weil meine Kollegen mich darauf hingewiesen haben, Mensch, du suchst doch auch immer nach Werten, die eine ordentliche Dividende ausschütten und die haben eine Dividendenrendite von 10%. Klar, es ist ein herausforderndes Umfeld, auch natürlich für Immobilienfinanzierer im Gewerbeumfeld, aber man muss auch sagen, sie sind sehr gut bisher durch diese Krise, durch diesen Absprung durchgekommen. Es sieht momentan ganz gut aus. Die Bilanz sehr solide, also das heißt, sie dürften keine großen Probleme haben, die Dividenden auch auszuschütten und von daher sollte man das Ganze eher positiv nehmen. Was ich gerade hier gesagt hatte, normalerweise diese kleine Schlusskerze, die wir sehen, wo sich die Anleger nicht so richtig einig waren, geht es weiter nach oben oder sollte man sich vielleicht eher nach unten orientieren. Das gefällt mir nicht so gut. Aber wenn wir da durchkommen, die 200-Tage-Linie nehmen, dann können Sie sich die Aktie auf jeden Fall mal anschauen und vielleicht sogar ein paar ins Depot legen, weil, wie gesagt, von der Bewertung her ist das nicht allzu ambitioniert. Das KGV auf Basis der für das laufende Jahr erwarteten Gewinne beträgt momentan 6,7. Ich glaube, da kann man nicht allzu viel meckern. Dividendenrendite, wie gesagt, 10%. Das wird natürlich alles immer wieder angepasst werden, aber prinzipiell ist das ein doch sehr solider Wert. Also, schauen wir mal, wie wir in den Tag reinfinden für den DAX. Wir sehen uns dann wieder um... Oh, ich sehe gerade Bayer. Da hat mich die Regie noch drauf hingewiesen. Ja, natürlich, Bayer. Also, in den vergangenen Tagen, es lief sehr ordentlich die Idee, dass die aktivistischen Investoren da Druck machen könnten auf das Management, auf den Verwaltungsrat und dafür sorgen könnten, vielleicht sogar, dass der Konzern aufgespalten wird. Das ist jetzt natürlich erstmal nur, das sind alles Gerüchte und so, ja, wie soll man sagen, Schäume. Nein, so Luftschlösser, die man da baut. Aber es hat natürlich durchaus einen Hintergrund, wenn man sagt, man könnte doch die profitablen und die interessanten und attraktiven Sparten, beispielsweise Agrar, das könnte man rausnehmen. Das alleine dürfte natürlich dafür sorgen, dass der Kurs ordentlich anspringt. So weit ist es noch nicht, aber dass jetzt da tatsächlich Bewegung in die Geschichte reinkommt von Seiten der Investoren, das ist doch sehr positiv zu werten. Das wird momentan vom Markt auch renoviert. Sie sollten natürlich immer im Hinterkopf behalten. Die Glyphosat-Geschichte bei Bayer, das ist so der ausschlaggebende Teil, wo ich sagen würde, naja, also wenn, dann höchstens so einen kleinen Teil meines Kapitals und mal schauen, was in den kommenden Monaten und vielleicht Jahren hier passieren wird. So, das sei es jetzt wirklich von mir gewesen. Wir sehen uns um 14.40 Uhr wieder, dann mit der US-Vorbörse. Wir bekommen ja wieder dann die vorbörslichen Daten. Schauen wir mal, wie die Amerikaner aus ihrem verlängerten Wochenende rausgefunden haben. Und es gibt ja in der laufenden Woche auch direkte weitere Q4-Zahlen, unter anderem von Netflix. Bin ich mal gespannt, was zu erwarten ist. Darüber sprechen wir dann. Und ja, bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss. 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 Tschüss.